Okay, da sind wir auch schon wieder. Antike Münzen. Ich brauch doch nur noch drei. Nein. Ich brauche sechs. Idiot. Warum drei? Sechs. Wie komme ich denn auf drei? Ich brauche sechs Münzen und dann geht's mir gut. So, kann ich irgendwas ablegen? Ja genau, die Brandgranaten brauche ich doch momentan gar nicht. Ich habe auf jeden Fall gut Heilung, muss man sagen. Man weiß ja nie. Ich will nicht in den Keller ohne Bewaffnung. So. Keller sind... Bäh. Die sind hier in diesem Spiel wirklich nicht nett. Jetzt bekomme ich es bestimmt mit molded Insektenviechern oder so zu tun. Das wärs, ey. Oder ein paar mehr Gegnertypen. Wär auch nicht verkehrt, ne? Okay. Noch sehe ich keine molded Spuren. Noch. Wenn ich die Tür öffne, sieht's bestimmt anders aus. Immer noch nicht. Nein! Ethan! Erzähl kein Wiss mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wen ich erinnern und der Rest ist einfach weg. Nein! Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, Hilfe! Verdammt! Ich glaube, er schreit auch um Hilfe. Das war auch ein Hilfeschrei. 100 pro. Zoe sagt ja auch, für Mami und Daddy ist es zu spät. Aber nicht für ihren Bruder wahrscheinlich. Ja, ich hab die Statue. Ich hab eine antike Münze gefunden. Aber ich fühle mich sicherer, wenn ich die Flinte ausgerüstet habe. Ich weiß nicht wieso. Ich werde bestimmt erst am Ende erfahren, wie Ethan wirklich aussieht. Das Spiel hat gespeichert. Gefällt mir nicht. Muss ich denn langen. Bleib draußen! Verdammt! Hä? Z intelligence. Ja, ich werde alumni wütend werden. Mach Cay curious, dass du sie mit meinem Dorfstellen in einem anderen Spiel abstracten gest useful. Wenn取 sie mich? Okay, sie hat sich damit angekündigt Heißt das, die läuft jetzt hier rum? Also ich höre sie zumindest Ist das ein Schatten, den sie verursacht? Wo könnte sie sich jetzt rumschleichen? Nette Drohung Wenn ich dich sehen könnte, wäre es mir noch lieber Was ist das? Das wird langsam anstrengend. Da bist du. Boah, okay, ich hab's hierhin geschafft. Da bist du, hat sie gesagt. Ja, schön. Na, ich wollte schon sagen. Was kommt dann hier jetzt alle an hier? Ich warte bis sie mal hier war. Oder sehe ich sie hier in den Räumen? Ich weiß nicht, ob ich da sicher bin, wenn ich das Ding benutze. Deswegen will ich warten, bis sie mal da durchgegangen ist. Es gibt doch bestimmt eine vorgegebene Route. Ich weiß, dass ich wieder eine Spinne formen muss. Ich weiß nicht. 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 So. Hier dürfte sie ja jetzt nicht herkommen. Obwohl sie das letzte Mal Mia sich hier erwischt hat. Dass ich davon nicht war unsicher anießen. Ich sehe es schon kommen. Alter, die bricht doch gleich da durch oder so. Alter, auf der anderen Seite ist etwas. Da hin kann ich fliehen, wenn es sein muss. Ich glaube, da muss ich sogar hin. Also kommt sie hier später nochmal. Erstmal hier mich gründlich umschauen. Gut, runter da. Ja genau, sei laut. Sie haben nicht genügend Platz. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt müsste ich genügend Platz haben. Jetzt haft mir nicht die Alarmierze oder so. Das wäre ja richtig eklig. So. Mein Ziel ist es auf jeden Fall wieder erstmal in den Speicherraum zu gelangen. Also ich renne da hin. Auch wenn die mich erwischt oder so. Dann bin ich da safe. Soviel ich weiß. Oh. Komm. Oh. Die zerrt mich jetzt hier bestimmt raus oder so. Das habe ich super gemeistert. Jetzt muss ich nochmal an sie vorbei schleichen. Boah, bin ich gut. Ich liebe das, vor den Abzuhauen und Schleichen, weil ich die nicht töten kann. Und man ist ja nur in einem bestimmten Raum sicher. So, dann fange ich mal an zu planen, wie ich laufe. Links halten. Ich hoffe, ich sehe es hier nirgends. Schleiche extra. Ich hoffe, ich sehe es hier nicht. Ich möchte den Platz noch einmal an. Nein! Ich werde das in der Mitte sagen. Ich werde das in der Mitte werden. Das ist das in der Mitte. Ich werde das in der Mitte geben. Muito sicher. Ich werde das in der Mitte erwarten. Abhauen. Ich war kurz davor. Zur Not den Speicherraum rein, wenn sie uns sieht. Ich stelle mich hier hin und beobachte sie. Da kommt sie. Ich wüsste, welche Route die geht. Die geht immer vom Saloon wahrscheinlich. Und durch diesen Gang. Diesen Dreiergang. Und dann im Esszimmer. Das heißt, ich muss im Esszimmer an sie vorbei. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier rein traut sie sich anscheinend nicht Es sei denn, sie hat mich gesehen und es läuft mir hier hinterher, aber Ich jucke mal Okay Was ist da zurück? Was mache ich da? Das war wohl das dümmste, was ich machen konnte Was ist da zurück? Was ist da zurück? Was ist da zurück?